Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian. Ihr seid bei JustChristian. Heute wollen wir mal wieder über das iPhone 14 respektive 14 Plus sprechen. In einem ersten Video habe ich schon gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde im Apple-Kosmos. Und jetzt vergleichen wir es mit einem Android-Smartphone. Welches Android-Smartphone lohnt da oder ist da die für mich eindeutigste Wahl? Das androidigste, googligste Smartphone, was es gibt, nämlich das Pixel 7. In diesem Video seht ihr, warum ich das, und das spoilere ich jetzt schon vorweg, dem hier bevorzugen würde. Bleibt dran. So, wir gehen es durch. Hier liegen sie die beiden. Natürlich, der eine oder andere wird wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben, ja, aber hättest du denn nicht das Pixel 7 mit dem normalen iPhone vergleichen müssen? Ja, hätte ich, weil das dann das kleinste gewesen wäre. Aber hier sind wir bei 6,3 Zoll Displaygröße, hier sind wir bei 6,7 Zoll. Also, natürlich hätte ich das andersrum vergleichen müssen, aber wenn ihr euch das mal anschaut, so groß ist der Unterschied in der Hand gar nicht. Aber ja, der Vergleich hinkt ein bisschen. Oder ich hätte es mit dem Galaxy, äh, Galaxy sag ich schon, die Galaxies, die kommen bald, deswegen bin ich schon so ein bisschen durch. Ich hätte es mit dem Pixel 7 Pro von der Größe her vielleicht. Aber na, nee, da fand ich den Vergleich besser. Vielleicht hätte das normale iPhone 14 genommen. Aber ich werde darauf immer so ein bisschen Bezug nehmen. Okay, wir gehen jetzt erstmal die ganze Geschichte von außen durch. Wie gesagt, Topic von dem Video ist, warum ich das Pixel, und das ist der Spoiler ja schon, wahrscheinlich diesen bevorzuge. Aber ich werde es fair bewerten und ich werde euch auch sagen, warum und wieso und weshalb. Wie gesagt, in meinem Intro habe ich es schon erwähnt, wenn euch das Video interessiert, warum ich dieses Gerät eigentlich im Apple-Kosmos gar nicht so schlecht finde, könnt ihr oben im i gucken, da habe ich das verlinkt. Könnt ihr schauen. Okay, wir gehen von außen durch. Wir haben in beiden Fällen eine Glasrückseite. Wir haben an den Kanten, hier haben wir diese geeckten Kanten beim iPhone und hier beim Pixel sind das eher runde Kanten. Vorne Glas, Gorilla-Glas Victis und dieses hier, wie heißt es, super Apple-Glas. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Unten, ja, Lightning-Port, komme ich später noch drauf zu. USB-C, oben relativ blank, außer einer Antenne. Antennenstreifen und jetzt nochmal ganz kurz zur Rückseite und da unterscheiden sie sich auf dem allermeisten. Wir haben hier diese Weiser-Optik, die man mit dem Pixel 6 eingeführt hat und hier die relative Standard-Optik, die man mit dem iPhone schon seit dem iPhone 12 hatte. Auch diese eckigen Kanten sind auch schon mit dem iPhone 12 unheimlich bekannt. Da hat sich nicht viel getan. Nichtsdestotrotz im Apple-Kosmos finde ich das noch das Schönste, weil die Pros, die haben einen riesen Kamerabump hinten drauf und stehen ewig weit raus. Großer Vorteil, wenn man diese Weiser-Optik hat, hier wabbelt es, da bräuchte nichts. Ja, das ist ein großer Vorteil. Auf jeden Fall sind sie super verarbeitet, da geben sich beide Geräte nichts. Optik ist Geschmackssache, mir gefällt da das Pixel besser und im Apple-Line-Up ist das schon noch die schönste Geschichte. Farbe ist relativ, das Rot gefällt mir unheimlich gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Pixel 7 finde ich von der Optik her schöner. Und weil es auch ein bisschen handlicher ist, ist es für den Alltag auch ein schöneres Gerät. Aber man hätte ja auch, wie gesagt, das normale iPhone 14 nehmen können, das ist dann kleiner, 6,1 Zoll und ist auch etwas leichter. Vom Gewicht her geben sich beide nicht viel, 203 Gramm zu 197, das merke ich jetzt nicht so krass in der Hand, eher die Größe. Gut, dann gehen wir mal nach vorne, da sehen wir ein 6,7 Zoll Display und wenn wir uns die Optik anschauen, ich werde sie mal entsperren. Komm her, Face ID. Funktioniert übrigens wunderbar. Ja, huch, das kann Apple einfach wie kein zweiter. Wenn wir uns die Displays jetzt mal anschauen, ihr habt gesehen, ich habe es entsperrt, der Fingerabdrucksensor beim Pixel 7, der ist eine ganz schöne Zicke. Manchmal funktioniert der 10 von 10, manchmal auch nur 5 von 10. Die Gesichtserkennung funktioniert nur bei gutem Tageslicht. In der Dunkelheit no chance. Beim iPhone funktioniert das super gut mit der Gesichtserkennung und sogar auch jetzt im Landscape-Modus. Das ist gut, das ist neu, wenn man da mal so halb schräg im Bett liegt. Jetzt habe ich natürlich ziemlich viel Spiegelung in meiner Dings. Ich schöpfe mal die Displays ein bisschen auf, damit ihr seht, wie hell die werden. Und da ist ein kleiner Vorteil beim iPhone. Das iPhone wird deutlich heller, auch draußen. Das hat mich beim Pixel 6 noch gestört. Hier ist die Helligkeit okay, aber das Display, was die Helligkeit angeht, könnte besser sein. Von der Optik her brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber streiten. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige da draußen, die sagen, diese Notch, die ist geil. Und ob es jetzt eine Dynamic Island oder ob es diese Notch ist, ich finde beides verglichen mit sowas echt nicht mehr schön und nicht mehr zeitgemäß. Dafür sind die Displayränder relativ gleich. Super symmetrisch, das gefällt mir wieder gut. Wobei sie dann auch relativ dick sind, wenn man das hier mal so ein bisschen, sage mal, wenn man das hier mal so ein bisschen zusammen macht, da sind die einen Ticken dünner beim Pixel. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber diese Notch, das ist für mich auch schon so ein Grund zu sagen, hier, nee, lieber kein iPhone, weil ja, im Alltag stört sie dann nicht so. Und wenn man Videos im 16 zu 9 guckt, stört sie auch nicht, weil es ja dann schwarz ist. Aber in 18 zu 9, da ist das hier schon schöner als da. Absolut. Helligkeit geht ganz klar der Pluspunkt beim Display an das iPhone. Aber es hat nur 60 Hertz. Das Pixel hat 90 Hertz. Und deswegen gewinnt für mich in diesem Vergleich das Display des Google Pixels wegen der 90 Hertz. und der ausreichenden Helligkeit. Hier ist die Helligkeit besser, aber halt nur 60 Hertz. Ja, ich habe in meinem anderen Video gesagt, das stört mich nicht so. Das ist auch so, aber ich kann trotzdem nicht verheimlich oder verschweigen, dass das besser ist. Also deswegen gewinnt es da für mich. Kommen wir zum nächsten Punkt und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Alltags-Performance. Und die ist in beiden Fällen wofür absolut bombastisch. Wir haben hier den Apple A15 Bionic, der letztjährige Chip. Ja, das finde ich auch scheiße, dass sie nicht den A16 verbauen. Aber der letztjährige Chip kam nicht an seine Grenzen. Hier haben wir den Tensor G2, die zweite Generation. Benchmark-Werte ist ja schlechter im Alltag. Mit hier der ganzen Experience von dem Stock Android oder dem Android, wie sich das Google vorstellt, ist das ein super flüssiges Bedienerlebnis. Die 90 Hertz spielen da noch eine Rolle dazu, wenn man die Übergänge bzw. die Animationen etwas runterstellt. Noch geiler. Das iPhone ist auch schnell. Startet die Apps genauso schnell. Ich will jetzt hier keine Speedruns machen oder so ein Kram, weil das macht man ja im Alltag nicht. Aber wenn man jetzt einfach nur mal hier so, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht Instagram öffnen. Wenn man einfach mal das hier aufmacht. Zack. Zack. Ja. Da war sogar das Pixel schneller. Das ist ein Flaggschiff-Bedienerlebnis beim Pixel 7 und ein ähnliches gutes Bedienerlebnis beim iPhone 14+. Gucken wir uns doch jetzt mal ganz kurz die Software an. Ich weiß, das eine ist iOS, das andere ist Android. Deswegen ist dieses Video ja auch nicht für die Apple-Fanboys gedacht, die einen Apple-Smartwatcher haben und hier und da und im Apple-Cosmos unterwegs sind. Für die kommt ein anderes Gerät überhaupt nicht in Frage. Ja, aber die Leute, die sich da noch uneinig sind oder denen es egal ist, was sie für ein OS haben, die einfach nur ein schönes Handy wollen, für die ist dieses Video dann eher gedacht. Und ich sage euch eins, für mich taugt Android wesentlich besser. Was heißt wesentlich? Es taugt für mich einfach besser. Ich finde allein schon, dass ich hier meine Widgets hinziehen kann, wo ich das möchte. Und ich drücke irgendwie länger auf den Homescreen. So, dann kann ich alles einstellen, was zum Homescreen gehört. Hier, wenn ich da drauf mache, kann ich die Apps höchstens löschen. Und wenn ich jetzt das hier dahin haben möchte, weil ich es da haben möchte, rutscht das nach. Hä? Wer kommt auf die Idee? Ja, ich habe hier so Widgets und Stacks, die ich da so übereinander legen kann. Das war ja neu vor zwei Jahren, dass man da jetzt so eine Art Widgets hat. Ich habe keinen App-Drawer, das heißt, wo sich alle meine Apps sammeln. Ja, ich habe die App-Gallery, aber das ist, da muss ich immer, wenn ich dann auf meinem eigentlichen Main-Homescreen bin, muss ich den immer ganz rüber, ja, und dann habe ich diese App-Mediathek, nicht die App-Gallery, das war wieder was anderes, App-Mediathek. Hier ist das ein Swipe, zack, ups, ein Swipe. Und dann ist das fertig. Dann kann ich, wenn ich eine App, die ich nicht auf meinem Homescreen haben möchte, trotzdem suchen möchte, ja, dann bin ich huck, zuck, zack, ah, guck hier, ah, okay, oder ich gebe sie in die Suchleiste ein. Das ist meiner Meinung nach viel schöner, viel intuitiver geregelt. Genauso die Tatsache, dass ich Swipe-Gesten, Swipe-Gesten, das ist auch so eine Sache, die hat Apple erfunden. Dann bin ich in irgendeiner ollen App drin, ne, was weiß ich, wir nehmen mal YouTube, so, dann gucke ich mir, äh, was weiß denn ich hier, äh, ah, das ist gut, Technik-Fault hier, ne, gucke ich mir hier ein Video von dem an, so, und dann will ich aber zurückgehen, und aber das geht ja so nicht. Und dann, wie mache ich das, dass ich zurückgehe? Ich muss es dann runter, so, äh, ja, wenn ich jetzt hier, das ist jetzt nur ein Beispiel, hier gucken wir uns hier die, die, die Handballer an, jetzt mache ich nur mal so ein bisschen hier den Ton aus, dass ich nicht hier gestrikt werde, so, wenn ich jetzt einfach nur wieder eins zurück möchte, dann swipe ich rüber und dann bin ich wieder zurück. Das funktioniert zuverlässig. Von links oder von rechts rein swipen und ich bin wieder zurück. Von unten hoch, ich bin auf dem Homescreen, ne, okay, das klappt hier auch. Von unten hoch halten, ich habe meine geöffneten Apps, das geht natürlich hier auch. Aber dann habe ich Apps und das ist total bescheuert. Da muss ich dann oben in die Ecke klicken, um wieder einen Schritt zurück zu gehen. Manchmal geht auch ein Swipe von der Seite. Total inkonsistent. Hier funktioniert das immer, ausnahmslos. Und das ist klasse. Das hat einfach Android über die Jahre besser umgesetzt. Genauso wie, ich habe es so drinnen. Ja, ich habe hier mein Kontrollzentrum, da habe ich alles, was ich brauche. Okay, das habe ich hier. So, und dann, warum? Ja, dann manchmal klappt es oder ich kann auch draufdrücken. So, hier weiß ich, ich muss wischen. So, dann weiß ich, okay, wenn ich das runterziehe, dann habe ich hier meine Einstellungen. So, und dann weiß ich, aha, okay, Einstellungen. Schön. Hier habe ich das nicht. Okay, kann ich mir aber auch belegen. Aber ich kann hier auf meinen Einstellungsbutton gehen. So, und jetzt habe ich hier Diverses. Ja, und es ist, meiner Meinung nach könnte man ja sagen, okay, das sieht ziemlich gleich aus. Ja, das ist aber viel zu verschachtelt. Man hätte aus diesen ganzen Icons viel weniger machen müssen. Ja, und dann hat man noch die Spalte, wo dann auf einmal alle Apps dann sind. Guckt mal, wie weit das da runter geht. Das wird unübersichtlich. Hier habe ich eine Ordner Apps. Zack, und dann habe ich die, die ich als letztes benutzt habe. Ja, und kann dann gucken. Oder ich sage, ich möchte alle ansehen. Und dann sehe ich alle. Punkt, aus, Ende. Und hier habe ich wirklich nur Einstellungen, aufgeteilt nach Netzwerken und sowas. Hier habe ich Flugmodus, dann habe ich WLAN, dann habe ich Bluetooth, dann habe ich Mobilfunk, dann habe ich Hotspot. Ja, das ist alles hier unter Netzwerk und Verbindungen versteckt. Ja, dann habe ich ein Allgemein, dann habe ich hier nochmal Anzeige, dann habe ich nochmal den Homebildschirm. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf das Display gehe, kann ich alles zum Display, gut, das ist relativ gleich. Da kann ich alles zum Display einstellen. Ja, und dann habe ich noch Hintergrund und Stile. So, dann habe ich hier noch den Homebildschirm und das sieht irgendwie, ja, ich sehe sofort, was hier abgeht. Und hier, was kann ich da einstellen? Und der Homebildschirm, zum Homebildschirm und nur App Mediathek und, hä, okay. Aber wie kann ich jetzt dann den Hintergrund einstellen? Ah, da habe ich nochmal einen neuen Reiter, Hintergrundbild. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist klar, wer das schon immer nutzt, denn für den fällt das leichter, aber für mich ist das nicht intuitiv genug. Absolut. Da gefällt mir, was die Software angeht, gefällt mir Android wesentlich besser. Da komme ich wesentlich besser mit. Klar, mag für den einen oder anderen von euch anders sein. Klar, Logo. Schreibt es in die Kommentare, was findet ihr besser, iOS oder Android? Ansonsten ist es mit den Vergleichen immer so eine Sache, ja. Das ist wirklich, wie gesagt, nur für die Leute, denen das OS egal ist, die nicht eine Apple Watch haben und so weiter. Okay, dann Sicherheitsupdates. Wir kriegen bei Apple locker fünf Jahre. Das sind Sicherheits- und Feature-Updates. Hier kriegen wir fünf Jahre Sicherheitsupdates und meines Wissens hat das Google auch nachgebessert. Vier Jahre OS-Updates. Am Anfang waren es nur drei, jetzt sagen sie vier. Und das finde ich gut. Das ist ein Ruck, der durch Android geht, weil Samsung es vormacht. Die geben fünf. Ja, fünf und vier oder fünf und fünf, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber irgendwas in die Richtung. Ja, und hier bei Apple seid ihr locker mit fünf Jahren Sicherheitsupdates und OS-Updates am Start. Da sind sie beide relativ gleich gut und Android zieht da mittlerweile richtig gut nach. Das ist Bombe. Kurz noch zur Software, was ich vergessen habe. Was mir ein bisschen besser gefällt, sind so die ganzen Social-Media-Apps. Die sind, wenn man da was posten möchte, die sind besser verbunden oder besser verknüpft mit dem Kamera-Interface. Und die Qualität, die man hier bei Apple hochlädt, sind da schöner. Deswegen sind die ganzen Influencer, haben immer ein iPhone, weil es da schöner einfach aussieht. Und für mich, der jetzt kaum was bei Instagram oder anderen sozialen Medien außer YouTube macht, ist das relativ unerheblich. Kratzt mich nicht und ist jetzt nicht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dann schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Lautsprecher an. Ich starte mit dem Pixel. Lautstärke ist noch nicht 100%. Ich weiß, dass es über die Kameras und über mein Mikrofon schlechter einzufangen ist, aber ich probiere es mal. Letztes. iPhone. Da kommt viel mehr Volumen, viel mehr schöner Ton, nenne ich es mal. Nicht einfach nur Getratze oben raus. Vielleicht nicht ganz so laut wie das Pixel. Beim Pixel wirkt es mir ein bisschen dünn. Jetzt warten wir gleich mal, bis der Bass kickt. Das soll jetzt mal reichen. Das ist eh blöd einzufangen über mein Mikro. Aber die Lautsprecher des 14 Plus. Ich habe nicht die von 14 getestet. Vielleicht werden die marginal schlechter sein, weil der Körper ja des Smartphones kleiner ist. Aber beim 14 Plus, das sind bombastisch gute Lautsprecher. Man hat einen richtig schönen Stereo-Sound. Man hat auch Stereo-Sound beim Pixel, aber da wirkt mir das Pixel oftmals zu dünn. Natürlich, wer seine Serien anschaut und nur Kopfhörer anhat, dem ist es Latte. Aber hier, oh, das ist echt. Also das kann Apple, die Lautsprecher. Die gefallen mir auf jeden Fall besser beim iPhone 14 Plus. Der nächste Punkt, und zwar ist das die Akkulaufzeit. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, ich weiß, ich habe hier das, vergleiche hier quasi das kleine Pixel-Gerät mit dem großen Apple-Gerät. Ich hätte das iPhone, das iPhone 14 einfach noch nehmen sollen. Was ich jetzt so sagen kann, das Pixel hält über einen Tag. Und mit dem 14 Plus komme ich auch noch einen zweiten Tag bei normaler Nutzung. Natürlich hängt es immer von eurer Nutzung ab, wie ihr es nutzt und was ihr macht und so weiter. Aber Akku und die Abstimmung der Software auf die Hardware, das kann Apple. Da sind sie gut. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass das normale 14 eine bessere Akkulaufzeit hat als das Pixel. Aber da liegt es dann nicht mehr weit auseinander im Vergleich zu den beiden. Das ist, kann man fast sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Beim Pixel komme ich über den Tag 4300 Apples. Und hier haben wir auch 4300 noch was, Milliampere Stunden. Obwohl es das größere Gerät ist, aber Apple, diese Dinger, die sind unheimlich effizient. Und das ist gut, was die Laufzeit angeht. Aber der Vergleich, wie gesagt, aufpassen, da hinkt ein bisschen. Was in beiden Fällen nicht so schön ist, ist, dass in beiden Fällen kein Charger mehr am Start ist. Was in beiden Fällen nicht so schön ist, dass sie mit maximal 20 oder 27 Watt geladen werden können. Hier 20. Dann hat man hier 15 Watt MagSafe Wireless Charging. Und normales Wireless Charging ohne MagSafe geht mit 7,5 Watt. Hier haben wir 20 Watt auch Wireless Charging. Aber das ist da so ein bisschen bockig, was so die Charger angeht. Hier haben wir Reverse Wireless Charging, dass ich auch andere Geräte, irgendwelche Kopfhörer oder was laden könnte. Das geht hier beim iPhone leider nicht. Beides sind Übernachtlader, sind keine Ladebiester und keine Lademonster, die ruckzuck wieder voll sind. Kommen wir zum nächsten Punkt und jetzt sprechen wir mal über die Kameras. Und das halte ich ganz kurz. Ich hänge euch hier in das Kapitel die Beispielbilder an. In beiden Fällen gefallen mir Fotos und Videos mit der 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweit und 10,8 Megapixel Frontkamera. Hier haben wir 12, 12, 12. Gefallen mir Fotos in allen, bei beiden gut. Ja, sie sind aber unterschiedlich. Hier sind wir sehr kontrastreich. Hier haben wir ein bisschen weniger Kontraste. Sie gefallen mir unheimlich gut. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Beim iPhone kam auf die Selfie-Cam sogar noch ein Autofokus dazu. Wir haben hier diesen Kino-Modus. Hier haben wir den auch, nur mit 1080p. Gefällt mir beim iPhone besser. Alles was Video angeht, ist dann das iPhone. Meines Erachtens besser. Aber da hat das Pixel aufgeholt. Das ist Meckern auf super hohem Niveau. Und da würde ich auf jeden Fall nicht die Kaufentscheidung von abhängig machen. Beide haben keine Zoom-Linse. Aber wie gesagt, entscheidet das für euch selber. Ich hänge euch die Bilder und Videos dran und dann könnt ihr gucken, was ihr da besser findet oder was nicht. Also für mich wäre das auf jeden Fall kein Unterscheidungsgrund. So, jetzt haben wir hier die beiden Selfie-Kameras. Wir haben beim Pixel 7 eine 10,8 Megapixel Kamera und 12 Megapixel beim iPhone. Beide können 4K, 4K 60 sogar. Mit dem kleinen Unterschied, dass dieser Kino-Modus, dieser tolle, auch beim iPhone auf der Selfie-Cam funktioniert. Ihr könnt ja mal den Ton ein bisschen hören. Sagt mir mal, wie es ist. Ich bin jetzt hier gerade in meinem Garten und gehe jetzt mal ein bisschen spazieren. Nehme euch dabei mit. Seht die Fotos und die Videos und habt viel Spaß dabei. So, jetzt hier mal der Kino-Modus in beiden Fällen. Jetzt geht hier gerade beim Nachbarn das Fenster runter. Wolle der Rollladen. Ja, 4K beim iPhone und nur 1080p beim Pixel. Die alten iPhones oder die 13er iPhones konnten es auch noch nicht sehen. 80p, jetzt 4K bei den iPhone 14ern und auch in den Basismodellen quasi. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Braucht man sowas? Braucht man es nicht? Ich habe jetzt hier meinen ausgestreckten Arm. Ja, ich sehe natürlich nicht, wie das Ergebnis ist. Dann im Anschluss. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ist es für euch ein Gimmick oder ist es ein Feature? Ja, schreibt es in die Kommentare. 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 Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr meine Bilder gesehen habt, wo ich so Konnektivität und restlichen Kram dieser Smartphones dann vergleiche. Also, wir haben ja gesagt, der Apple A15 Chip, keine Verbesserung zum Vorjahr. Doch ein bisschen die Grafikeinheit hat einen weiteren Kern gekriegt, wie die 13 Pros, nicht wie die normalen 13er. Ja, und man hat bei der Kamera Photonic Engine und hier und da hat man nachgebessert. Aber das sind alles keine großen Schritte. Und das nervt. Das finde ich kacke. Ja, warum man dann ein Gerät rausbringt und dann auch noch so teuer. Ich meine, man hat das normale 14er einfach mal ein Hunderter teuer gemacht. Das kostet Marktstart 1.150, mittlerweile liegen wir bei 950, aber da kommen wir im Fazit noch zu. Dann, Lightning. Freunde, das ist vorbei. Das ist USB-C 2.0 und nicht 3.2 Geschwindigkeit. Wenn man da schöne Videos macht, die auch mal ein bisschen eine Dateigröße haben, irgendwo hinzuverschieben. Und jetzt ist das Video für die Leute, die nicht unbedingt ein MacBook zu Hause haben, sondern ein Windows-PC. Hey, das ist eine Grütze. Dann hat man dann meistens nur noch ein Lightning auf USB-C Kabel mit dabei. Das bringt mir da nichts daheim. Wenn ich an meinem PC aber nur USB-A habe, okay, USB-C haben jetzt schon mehrere. Ja, alles cool. Aber nicht unbedingt. Oder wenn ich ein Ladegerät brauche und habe noch ein altes USB-A Ladekabel daheim, da bringt mir dieses Kabel auch nicht. Brauche ich auch ein neues Kabel. Das ist kacke. Ja, das macht so keinen Spaß. Ja, das ist beim Pixel ähnlich mit dem nicht da. Aber hier haben wir hier USB-C. Wir haben Wasserfestigkeit IP68. Das ist in beiden Fällen gleich. Wir haben Wireless Charging, Reverse Wireless Charging hier. Ja, aber Lightning tut mir leid. Wenn ich so viel Geld, und da kommen wir dann, wie gesagt, im Fazit dazu, wenn ich so viel Geld dafür aufrufe, dann braucht dieses Ding keine Lightning-Port mehr. Dann muss da USB-C kommen. Da tut sich jetzt ein bisschen was. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Nee, die EU hat ja da auch ein bisschen was gemacht. Schauen wir mal, wie Apple das dann umsetzt. Jetzt zu meinem Fazit. Warum würde ich in diesem Vergleich kein iPhone nehmen? Absolut nicht. Wenn mir das so erst egal ist, dann bekomme ich für das Pixel oder beim Pixel 7 so viel mehr an Smartphone und Usability. Die Software beim Pixel gefällt mir so viel besser. Die Autodiktier-Funktion. Dann der Google Assistant. Siri ist richtig blöd. Dafür ist der Google Assistant dreimal so schlau. Ich habe auch die gleiche Anzahl an Software-Updates. Ich habe einen modernen USB-C-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 3.2. Der Preis. Wir liegen hier bei 600 Euro über den dicken Daumen Straßenpreis. Und hier liegen wir bei 950 Euro. Wenn wir jetzt das normale iPhone 14 nehmen, liegen wir so bei 850 Euro oder 900 Euro. Also liegt so ungefähr ein hunderter Unterschied. Manchmal sogar weniger. Je nachdem, was man für eine Ausführung hat. Ich rede jetzt nur von dem Basis 128 GB Modell. Nichts irgendwas Großes, Fänziges mit 1 TB und so. Da liegen da hier in dem Falle 350, im Falle vom iPhone 14 300 oder 250 Euro dazwischen. Und das ist schlicht und ergreifend zu teuer. Man hat bei Apple gesagt, Inflation und hier und da und hat alles teurer gemacht. Google vertickt seine Geräte seit Marktstart zum gleichen Preis wie die Pixel 6er. Bei gleicher Inflation. Und da glaubt doch nicht im Ernst, wenn die Inflationsrate wieder runter geht, was sie ja aktuell wieder ein bisschen gemacht hat, dass ihr dann auf einmal das Gerät billiger kriegt. Ihr könnt nur von Glück reden, dass die 14 Pluser und 14er sich so mies verkaufen und alles auf die 13 Pro Max und auf die 14 Pros stürmt, dass die vom Handel günstiger abgegeben werden als der normale Preis. Jetzt schon deutlich drunter. 150, 200 Euro Untermarktstart. Das ist bei Apple normalerweise nie so der Fall. Da könnt ihr nur von Glück reden. Aber das ist Mist. Das ist Dreck. Das tut mir leid. Das kann ich nicht für gut heißen. Bin ich im Apple-Kosmos unterwegs? Guckt euch mal ein anderes Video an. Für die ist es jetzt gerade, was ich sage, nicht nachvollziehbar. Aber für alle anderen schon. Ich kann doch nicht. Und dann dieses ewig uralte Design und immer wieder neu aufgekocht. Ja, okay, wir haben die Dynamic Island. Ja, baut die doch hier auch rein. Ja, baut die hier rein. Dann verzeih ich euch auch, dass ihr nur den A15-Chip drin habt. Dann dieses ewig langsame Laden. Dann dieser doofe Lightning-Port. Ja, das ist alles Mist. 90 Hertz Minimum in so einem Gerät. Nicht 60 Hertz. Nicht falsch verstehen. Das Display an sich ist ein schönes Display. Aber 60 Hertz. Das geht nicht. Tut mir leid. Und deshalb würde ich für 250 oder in dem Falle 350 Euro mehr, da müsste ich ja Tinte gesoffen haben, um dann zu sagen, ich nehme dann lieber ein iPhone als das Pixel. Natürlich. Ich kann es nur wiederholen. Und den einen würde es langweilen, dass ich das wiederhole. Bitte schreibt nicht in die Kommentare. Ja, aber ich habe ein Apple Watch und ich habe so ein scheiß iPad und 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 und. Nicht scheiße. Das ist ganz okay. Ja, oder ich habe ein MacBook und da passt das für mich in meinen Workflow. Ja. Dann ist das aber auch nicht dein Video gewesen. Dann ist das Video das andere für dich. Für jeden, der sich entscheiden würde, ob ich jetzt ein Apple oder dem es egal ist, ob ich ein Apple oder ein Google Gerät. Und das ist das googligste Gerät, was es gibt. Ja, dann hier, Freunde. Da gibt es überhaupt, das ist, in dem Fall ist es kein No, es ist ein No-Brainer. Ja, dass ich das Pixel nehme. Und ich habe bei Android ja die riesen Auswahl. Es gibt ja noch andere Geräte. Jetzt kommen bald die Samsungs raus, die neue S23er Reihe. Ich habe hier noch ein Pro-Modell, was preislich sogar noch unter dem liegt. Und viel mehr kann. Also, ja, jetzt seht ihr, was die Geräte können, was meine Meinung ist. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch weise. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es hat euch was gebracht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Deswegen macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.